Hallo YouTube Hedgecom zu einem neuen Disco Tutorial Video. Heute zeige ich euch den ProBot und so wie ihr ihn ganz einfach einrichtet zeige ich euch heute in diesem Video. Erstmal ladet ihn ein, dazu geht ihr auf probot.io.de oder geht in die Videoschreibung, dort findet ihr auch den Link. Dann ladet ihn einfach ein, autorisiert euch, sagt ich bin ein Mensch oder klickt es an und ihr seid hier im Dashboard. Heute zeige ich euch nur die normalen kostenlosen Futures, genau die Premium Futures zeige ich euch nicht. Ähm genau, wir fangen direkt mal an. Also wir sehen hier erstmal unseren Server und da sehen wir erstmal die Nachrichten, die in den letzten 24 Stunden gesendet worden sind. Leute die beigetreten sind, sind die ersten 2 Nuller, die verlassen haben, sind die letzten 2 Nuller und zwar in den letzten 24 Stunden. Dann die Gesamtanzahl der Mitglieder, dort zählen Bots, soweit ich weiß, auch mit. Ja, Bots zählen auch mit. Dann Diagramme über die letzten 7, 14 oder über den letzten Monat oder hier mit Premium Funktion natürlich noch weiter. Letzter Monat haben Wifi verlassen, genau 0, beigetreten 0, Mitgliederfluss, also wie viele Member ihr hattet und wie viele Nachrichten getätigt worden sind, also geschrieben worden sind außer die Bots. Dann gehen wir in Server-Einstellungen, Sprache erstmal Deutsch, eingebettete Nachrichten bzw. Embeds. Hier könnt ihr eine verfassen, also eine neu erstellen. Dort macht ihr jetzt New Embed, gut der Name ist jetzt zum Beispiel Tutorial oder macht ihr zum Beispiel Bewerbung. Ganz wichtig hier, Titel, am besten noch Bild und Thumbnail und Beschreibung. Beschreibung ist jetzt zum Beispiel, hallo Leute, das ist ein Tutorial. Zum Beispiel jetzt. Und hier könnt ihr natürlich noch eine URL reinmachen oder einfach das hochladen. Hier seht ihr zum Beispiel sowas. Wir machen jetzt auch mal hier sowas. Schon mal Bild hochgeladen. Also wir haben jetzt hier so ein fettes Bild. Natürlich ist das normalerweise nicht so gut. Also machen wir hier so eins zum Beispiel nochmal. Und dann sehen wir hier noch ein kleines Thumbnail. Also das hier ist das Thumbnail. Und hier ist halt, wie gesagt, das Bild an sich. Normalerweise immer ein Banner machen. Wäre immer gut. Gut, dann Änderung speichern. Und dann steht hier erfolgreich. Hier oben könnt ihr dann auch Tutorials sehen. Genau. Premium holen ist euch überlassen. Jährlich oder monatlich. Beziehungsweise in dem Fall monatlich ist alles. Dann Hilfsmittel. Einmal die ganzen Befehle. Ich ratter sie schnell runter. Also. Sich in einen Voice Channel. Also Moveme und dann Voice Channel auswählen. Ist komplett unnötig eigentlich. Slash Profile. Also da seht ihr euer Profil. Euer globales Profilbild von Probot. Dann Slash User. Dort bekommt ihr Informationen über seine ID und über, wann er beigetreten ist. Avatar. Könnt ihr ein Avatar euch machen. Für euer Profil. Dann Server. Also für Server gibt es Infos. Slash Daily. Dein Tagesgehalt. Das sind so Coins normalerweise. Slash Vote. Ist ähm. Für Abstimmungen. Wann halt eine neue zum Beispiel zum Abstimmen gibt. Dann Slash Rep. Wenn du jemanden Reputationspunkte gibst. Aber das geht wirklich nur alle 24 Stunden. Ihr seht das wirklich hier alles. Das ist eigentlich alles wirklich selbsterklärend. Hier zu den Slash Credit. Zeig dein Guthaben. Oder auch den von anderen. Slash Roll Würfelrollen. Slash Short. Verkürzt eine URL. Slash Ping. Also teste die Reaktionszeit des Bots. Bots. So rum. Slash Rules. Also äh. Die ganzen Server Rollen und Mitgliederzahlen werden angezeigt. Und Slash Points sind die Punkte, die vom Server basieren. Die die Moderatoren vergeben können. Hier könnt ihr natürlich immer auf Bearbeiten gehen. Und dann habt ihr hier 1000 Sachen. Deaktivierte Rollen sind immer Rollen, die nicht mit einbezogen sind. Also für diese gibt es diesen Befehl nicht. Für aktivierte Rollen gibt es das. Aliasse. Aliasse. Oder whatever. Das sind normalerweise immer nur, ähm, ja, Wörter, die zu diesem Befehl führen. Deaktivierte Kanäle, also wo es ausgeschlossen ist, diesen Befehl auszuführen. Aktivierte Kanäle, wie das andere ist, darum. Rollen, die Punkte hinzufügen können. Also zum Beispiel, Owner kann Punkte hinzufügen. Dann Nachrichten, die automatisch gelöscht werden. Nachrichten, die automatisch von Befehls ausrufen gelöscht werden. Automatisch gelöscht werden, die Antwortnachrichten des Bots nach 5 Sekunden, bla bla bla. Ihr könnt das alles machen, wirklich. Ihr könnt das alles machen. Moderation, wieder ganz einfach. Slash Nick, also Nickname machen. Jemanden bannen, jemanden anbannen, jemanden kicken, jemanden aus dem Sprachkanal kicken. Jemanden muten, also Mute Text, also von allen Textkanälen muten. Dass er nicht mehr schreiben kann, dafür gibt es Time-Mods eigentlich. Dann Unmute, Mute Voice, Unmute, also dass er nicht mehr sprechen kann und so weiter und so fort. Dann Automod ist hier zum Beispiel, wenn jemand spammt, also 5 Nachrichten in unter oder 5 Sekunden. Dann kriegt er jetzt von mir zum Beispiel Nachricht löschen und Mitglieder warnen. Hier böse Wörter, doppelter Text, Links und so weiter und so fort. Ignorierte Kanäle, wo es also wieder nicht giltet, für Rollen, die diese Regeln brechen können quasi. Dann Bildkanäle, wo sogenannte Links rein können. Genau wie bei YouTube-Kanal, da können dann Links und ja, können eigentlich nur Links rein, genau. Dann, wenn jemand Join tut, kriegt er eine Nachricht. Könnt ihr es so machen. Hier einmal per DM, hier einmal in einem Kanal, wählt ihr hier einfach aus. Server-Namen könnt ihr mit dem Ping, die Anzahl der erreichten Member hier mit. Und das steht eigentlich alles hier. Dann hier einmal das natürlich mit dem Text, also mit so einem Bild meine ich. Und hier, wenn jemand verlässt, eine Nachricht wieder. Dann die automatische Antwort, auch Trigger genannt. Also die Antwort ist jetzt zum Beispiel, hi, hast du schon rausgesehen? Und Auslöser ist, moin Jungs. Ja. Dann könnt ihr natürlich nochmal eine Antwort hinzufügen. Das wären dann zwei Antworten quasi, braucht man aber nicht. Aktivierte Rollen, also Rollen, in denen das funktioniert. In den Kanälen, die es funktioniert. In den Kanälen, die es nicht funktioniert. Und Rollen, bei denen es nicht funktioniert. Es ist immer das Gegenstück. Parat. Hier könnt ihr es natürlich nochmal bearbeiten. Leveling System, oder Level System auch. Ist ganz einfach. Rollen, die keine XP bekommen können. Kanäle, die keine XP geben können. Textkanäle, die Level Ups geben können. Dann haben wir natürlich hier die ganzen Befehle wieder. Also das Mitglied, was am meisten Text und Stimmen Level hat. Dann das Rank, also die Rankkarte. Set XP, also ändert die XP eines Mitglieds. Und hier ist halt Level, das Level eines Mitglieds verändern. Rollenbelohnung hinzufügen, ist auch wieder ganz einfach. Wenn du jetzt Text Level 4 bist. Text Level ist, wenn du geschrieben hast. Sprach Level, wenn du gesprochen hast. Und Sprach Level 4 bist. Das dauert minimum diese Anzahl im Normalfall. Oder dass du irgendwie eine Strafe bekommst wegen Spam. Dann bekommst du jetzt diese Rolle. Erhaltende Rolle, also du musst da natürlich noch eine Rolle hinzufügen. Steht ja hier auch. Sollte in einer Rolle mit höherer Position sein. Also die Bot-Rolle zum Beispiel. Ich zeige es euch mal kurz auf Discord. Der bekommt jetzt hier von mir aus die Admin-Rolle. Und jetzt uploaden wir das mal kurz. Neuladen. Und dann seht ihr hier nochmal neu hinzufügen. Zack, 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 zack. Es wählt ihr hier aus. Also in dem Fall funktioniert es ja nicht, weil Admin ist. Und er hat keine Administrationsrechte. Aber im Normalfall sollten dann hier die Rollen stehen. Genau. Hier mit höherer Belohnung entfernen. Also die Rolle, die dann mit höherer... Die Rolle wird dann mit höherer Belohnung entfernt, so rum. Dann die Privatnachricht, also eine DM an den Spieler, wenn er das Level jetzt erreicht hat. Dann automatische Rollen, also Reaction Rules. Nein, 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 nicht Reaction Rules, Auto Rules. Wenn jemand zum Beispiel joint, dann bekommt er die und die, äh, ja, Einladung. Äh, die Rolle, Rolle, Rolle. Protokolle sind Logs, seht ihr hier alles. Textkanal auswählen, Farbe auswählen, Rolle basiert, passt. Farben, ist eigentlich komplett egal. Das ist eigentlich nur für den Server dann. Reaction Rules, jetzt kommen wir dazu. Wir, äh, öffnen eine neue. Wir machen ein Limit von 1. Also man kann nur eine Rolle bekommen. Hier einmal Auswahlmöglichkeiten. Einmal könnt ihr hier den Text eingeben, beziehungsweise, ja doch, den Text. Hier könnt ihr eingeben, zum Beispiel jetzt, grün ist meine Lieblingsfarbe, mache ich jetzt wie grün. Hier könnt ihr noch ein Emoji hinzufügen, zum Beispiel jetzt hier sowas. Und, äh, da könnt ihr noch eine Beschreibung hinzusetzen. Hier könnt ihr jetzt sagen, Farbe aus Wellen oder so. Oder, keine Ahnung, Lieblingsfarbe oder so. Umschalten ist natürlich, wenn der Typ, äh, oder, wie es hier steht, schon steht, wenn du eine Rolle hinzubekommst und eine andere gelöscht wird. Das ist natürlich immer davon abhängig, ob sie hinzugefügt wird oder gelöscht wird. Oder halt, wenn der Benutzer die Rolle hat, ist wirklich empfohlen. Ich nehme eigentlich immer Geben. Geben ist nämlich normalerweise immer, dass du die Rolle bekommst. Nehmen ist, wenn du die Rolle entfernt bekommst. Und Umschalten ist eigentlich, dass du die alte Rolle behältst. Aber, ja. Hier natürlich noch Einbetten. Wähle eine Einbettung. Hier Tutorial zum Beispiel. Und Nachricht auswählen. Gut, ist in dem Fall schon abgeschickt worden. Äh, zum Beispiel jetzt machen und dann passt das. Oh, sorry. So. Ah, Nachricht auswählen. Ja gut, haben wir ja noch nicht gemacht mit dem Embed. Kategorie ist jetzt, also temporäre Kanäle, Kategorie zum Beispiel Talks, ja. Also Temp-Channels, sogenannte Temp-Channels, die sich von selbst öffnen. Zum Beispiel bei Talks machen wir jetzt Select und dann machen wir jetzt mal Talk 1. Und dann machen wir jetzt mal 10. Machen wir mal 5 Kanäle, die gleichzeitig erstellt werden können. Und 5 Benutzer können jeweils in die Kanäle. So, dann Änderung speichern. Und das war's dann auch eigentlich schon wieder. Switch ist natürlich wieder Kanal hinzufügen. Hier habt ihr einmal den Code für Streamer-Name und Streamer-Link. Hier einmal reinschreiben für die Nachricht, für das Embed wieder dasselbe wie vorhin. Send to, also in welchen Kanal es rein soll. Und der User-Name. Genau. Das ist eigentlich wirklich, kommt, äh, kommt wieder euch überlassen, was ihr reinschreibt. Protokolle, also hier, was alles schon gemacht worden ist. Hier Mod-Actions, also ob jemand gebannt worden ist oder nicht. Ist ganz cool gemacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020